Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach den Ticket und heute habe ich das Spiel, äh nicht das, das hier. Zero City, Last Bunkers, Hitler and Survivor Game. Werden wir mal starten, Vollbetreib machen. Ich habe meinen Account wieder gefunden, ja. So, erst war es nicht, da ich so, oh nein, ist das nicht auch schon, ist das nicht jetzt auch schon wieder gelöscht worden? Na, ich Facebook aufrufe und dann mal alles wieder da. Ich so, Gott sei Dank. Nicht so wie beim anderen, bye, bye. Was war das? War. War. Hero Wars, genau. Okay, dann wollen wir jetzt mal schnell hier alles angucken. Das Event, was gerade in Gang ist. Krieg schon mal 150 Punkte geschenkt. Nice, Dankeschön. Äh, Punkte Gold. Ich muss aufpassen. Naja, okay. Ich werde jetzt einfach ganz kurz, ganz schnell so ein bisschen spielen, ne. Da auch nicht drauf drücken, aber die kann ich öffnen. Und hoffe, dass ich nirgendwo auf Werbung drücke. Gut. Dann kassieren wir erstmal das hier ab, was hier rumliegt. Oh. Ausgebildet. Fertig, fertig. Fertig. Die auch fertig. Hatte ich das nicht letztens ausgebaut? Ich glaube nicht. 70. Ne, habe ich nicht. Gut. Ähm. Kriege ich nicht wieder ein Geschenk? Ich war letztes Mal vor einem Monat online. Ah, wusste ich doch. Zack. Und wieder alles voll. Das ist doch schön, wenn man nur einmal im Monat spielt. Hm. Ein legendäres Armband habe ich hergestellt. Hier ist es. Fertig. Dann, jetzt, äh, ach, gucken, gucken. Da oben steht eine 2. Freunde haben mir was gesendet. Geschenk holen. Dankeschön. Wenn ich das jetzt hole, ist total Schwachsinn. Verliere ich ja alles. Man war erstmal... ...bauen. Und was bauen wir denn zuerst? Schmielabor, Speisesaal, Sägewerk, Gänzchen, Holz, Stahl, Kühlhaus. Ich glaube, besser ist das erstmal. Ich glaube, besser ist das erstmal. Um das halt auszubauen, damit meine Leute stärker werden. Mir bringt es ja nichts, wenn ich mehr Leute habe und die Leute trotzdem noch schwach sind. Dann kämpfe ich mit mehr schwachen Leuten als... Ja, lieber starke Leute, wie viele schwache. Schätze, das war das eine. Gut. Jetzt können wir auch das von einem Freund abholen. Danke schön, lieber Freund. Ich gehe abhaken. Dann werde ich jetzt nochmal... ...verschicken. Das ist ja auch eine Quest. 3 habe ich noch. Aber die Quest habe ich fertig. Gut. Jetzt müssen wir als nächstes... ...müssen wir nicht. Werde ich aber machen. Auf der Karte gehen. Und werden uns 5 Gegner heraussuchen, die ich auch besiegen kann. Zum Beispiel der. Sperren. Sperren. Ihhh. Und angreifen. Scheint ein russischer Kollege zu sein. Oh. Maske als Belohnung bekommen. Und den müssen wir auch schnell heilen. Obwohl wir nicht weitergehen, so schwache Kämpfe ist das eigentlich wurscht. Was muss ich denn bei einem Event machen? Schauen wir da mal kurz nach. Quest. Und diese beiden Sachen. Ein Video anschauen. Und diese beiden Sachen. Oh, schon in der dritten Woche. Meistens geht das immer einen Monat. Also vierte Woche ist dann vorbei. Also ist jetzt die letzte Woche dann super. Ich habe was gehört. Werden wir hier angegriffen? Ah, da. Ein Zombie greift uns an. Hauen wir dir immer schnell eins über die Rübe. Die ist wieder kampfbereit. Und die anderen ziehen jetzt wieder in den nächsten Kampf. Circa 500. Wie stark war ich? Ich glaube, den könnte ich besiegen. Ich weiß nicht, wie stark ich bin. 800. Ja doch, das schaffe ich. Okay. Locker geschafft. Dann schauen wir mal, wo der nächste Gegner ist. Oder welchen wir jetzt nächstes nehmen können. Ja, alles abholen. Zack, zack, zack. Der war 800. Das ist so stark wie ich. Dann lieber nicht. Wir brauchen fünf Siege. Das ist Sieg Nummer drei. Denke ich mal. Und der hat dann eine Hose-Alz-Flagge hängen. Auch nett. Scheint aber amerikainer zu sein, oder? Blau, rot, weiß. Gehen wir gleich zum nächsten. Ach, 300. Locker. 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 Ah, dann nehmen wir den, Freeze. Und Angriff. Ah, die Watt gerade angegriffen von anderen. So ein Mist. Müssen wir einen anderen nehmen. Aber den Sheldon könnte man auch angreifen. Da ist er auch nicht viel stärker. Er hat keine Flagge, aber einen anderen Hintergrund. Das war ein Sieg. Eindeutig, eindeutig war das ein Sieg. Ich hab zu viel Elixier. Da müssen wir doch was machen. Erforschen, alles erforscht. Was fertigen? Voll. Ähm, ja. Ich glaub mal, wir müssen was bei der Verteidigung machen. Verbessern. Arsenal. Ach, da brauch ich Holz für. Ah, abgestürzt. Das kann doch nicht sein. Doch, abgestürzt. Ah. Vielleicht haben wir ja schon die 10 Minuten rum. Dann war es eine sehr schnelle Runde gewesen. Ich schau mal. Und die 10 Minuten sind rum. Dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Auch wenn es so eine schnelle Runde ist. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.